Willkommen zu Let's Play. Mein Name ist wieder der Bucke. Und es ist wieder Zeit für Minecraft. Ja, jetzt ist die Bucke. Minecraft, ich bin euer Bucke. Und es ist jetzt die Bucke. Minecraft. Emelow. So, ne, bin wieder da. So, wir fangen nochmal von vorne an, ne? Okay. Oh, wie geht's dir so? Gut. Ne, das wird ja nicht für... Das dauert gerade. Achso. So. So. So, wir erst vorher auf Minecraft. Ja. Der Headshot vorher und ich. Ja, hallo. So. Ich hab schon mal einen Kübel zu finden. Ja, ich hab schon zwei Wolle. Ja, ja. So. Ich hab schon zwei Wolle. Ja, ja. So. So. Ich hab schon mal einen Kübel. Ja, ich hab schon mal einen Kübel zu finden. Weil ich gucke. Wo ich... Ich hab schon mal einen schönen Stelle. Ja. Nein. Was? Wir müssen alles aufsammeln. Ja. Wir brauchen schon. Ja. 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 Sehr gut. Nein. Ich bin der Reingänger. Ohne eine Höhe. Okay. Mach's. Nein. Oh, gut. Oh. Moment. Das ist mir nervt. Trotz du sagst. Ja. 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 Ein komm her. Hier. Hier ist nur noch eine. Oh. Ja. 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 Er ist nun für denkesophil. Ja. Ja, da war die Drecke. Voll, voll, voll. Wie die kleinen Peter Nerven, ey. Hier. Hier sind Steine. Voll. Ich suche jetzt erstmal eine Hülle, wo wir ein paar Rohstoffe abfangen können. Das ist aber nur ein Dorf mit einem Haus und eine Pyramide. Okay, große Wüste haben wir da auch. Naja, nicht allzu groß. Okay. 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 Ich merke das ist richtig. Friedlich, 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 Friedlich. Was? Die, ähm, das Ding ist ja die Welt. Was ist Lava? Lava? Ja. Oh. Okay. Ja. Alles über die Hütte. Doch, der schläft ja halt wieder ein. Ja? Du schläfst ja halt wieder ein. Nein, nein. Ich glaube nicht. Ja. Dann kommen wir mal runter. So, dann habe ich meine Spitzhocke, ja, die wird richtig gearbeitet, ja. Ja, ich habe einen Laufen mitgenommen, ja, was soll, ich habe ein Bett, ich habe drei Spitzhocke, bitte haben, ich habe eine, ich will nett sein und dann kriege ich sowas. Ich habe keine Höhle gefunden, sowas. Du musst auf der anderen Seite gucken, von dort wo wir gesporen sind, dort in der Nähe sind ganz süß. Oh, das sieht wie eine Wälder aus. Da war es schon, da war es schon. Da war es schon, da war es schon, da war es schon, da war es schon. Da war es schon, da war es schon, da war es schon. Ja, da war es auch schon, da war es schon, da war es auch schon, da war es schon, da war es schon. Erkundet. Ja. 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 Alles klar. Ja, ist okay. Gut schon wieder rein. Ach, Mann. Ja, ja. Ich hab hier keinen... ...Högel gefunden. Ich... Na, ich hab hier viel Höhen vorbeigerannt. Ja? Ja? Ja. Oh, ich bin ja... ...Ober ich hab hier... Obwohl, dass der Blüte nicht mehr in der Zeit ist, oder? Ja. Nein. Nein, nein. Nein. Ich hab hier eine Höhle. Ja, okay, doch. sieht nicht wie eine Höhle aus, aber naja, weiter, nein, 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 aha, ja, ich habe mich nicht mehr gefunden, ach, Paul, ich habe mich nicht mehr gefunden, so, oder, ich habe mich nicht mehr gefunden, ich habe mich nicht mehr gefunden, also, hier wäre es 6, oh, hier gibt es 8, oh, Alter, kann man den Druck nehmen, so, 13, 14, wir brauchen noch einen Eimer, dann können wir in den Lava und dann können wir in den Hof reinstecken, dann ist es unendlich, nein, das dreht nur 1000, vielleicht 100, es geht es geht keine Ahnung was du draußen weißt du es gar nicht? habe ich dir das nicht gezeigt? keine Ahnung ach, ich glaube keine Ahnung ja, komm schon ich hab dich auch nicht nein nein ach du meine du die 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 scheiße die 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 So. Ah, nein. Also ich hab zwei Eisen. Oh, ich hab's dabei gekonnt. Ja, da gibt's keine Eisen mehr. Oh, ich bin weg. Zwei, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Du hattest letztens auch lange weiter, oder? Und hast über eine Stunde GTA aufgenommen. Ja, und? Hast du zusammengeguckt? Na ja, ich hab ein bisschen vorgespult. Ja, vorgespult. Immer vorgespult. Das ist ein Special. Ja. 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 Hast du auch gesagt. Nein, schade, ey. Man nervt. Ich hab's ja auch noch andere Videos anzugucken. Von den anderen YouTubern. Ah, na. Das ist Vorsprung. Du konntest es auch zu Ende gucken. Äh, zuletzt gucken können. Nein. Dann war's mit dem Metalsfall. Hä? Mit dem Metalsfall mit Erde. Mit Erde zugeschissen. Wollte ich gar nicht wissen. Ich mag das mit Medien. Trotzdem bin ich mit ihm zufrieden. Trotzdem bin ich mit ihm zufrieden. Ich mag das aber in woanders neiges sein. Ich mach dann eben in kleinen Kissen. Ist auch mit mir zufrieden. Also, mieses Feld, ne? Krass. Das da. Abbauen. Ja. Ist auch ein bisschen mehr hier. Ja. Na ja. Ja. Hallo. Ich weiß nicht, dass du aus der Tür wieder wirst. Yo. Yo. Team, wir sind. Ich hab mal schon weißen gefunden. Danke. So. Ja, geil. Nein. Ja? Ja, geht am einfachsten. Ah. Alles gut. Ich gucke mich an. Schön fährt. Ich habe ja schon einen Sattel. Egal, ähm. Schau. Soll ich mal eine geheimne Kiste machen? Ja. Schau. Schau. Oh. Schau. Schau. Ich schwör. Schau. Schau. Oh. Heheh Ich bin ein Affe Hmm hm hängt er da fest oder aus? ja das Bett, wie schön das Fett schnitt sie rein ja nix wert oh jetzt hat nicht mehr viele Herzen, da komm doch jetzt mal raus ja geh mal rein so ist das raus oh bitte wieder diesen Block jetzt wollte ich jetzt schon mal hier rein wirst ja geh in die Ecke dummes Fett so wir sind Weißes wo ist ein Weißes hinter dir hinter dir da oh jetzt okay okay um oh guck mal was hat w w w w w Barsch Oh, ich geh schlafen. Ja, du auch. Ich muss arbeiten. Nein, du musst dich jetzt nicht arbeiten. Nein, ich muss arbeiten. So, gearbeitet. Das ist ja gut. Ja, warum geht das jetzt? Ich glaube, es ist ein Ding. So, super. Oh mein Gott, der Holzkohle. Ey, den Eimer darfst du doch nicht bei mir, ne? Ja. Ich schläge jetzt schon mal ein Feld. Ein Feld? Ja. Aber nicht so weit. Ey, warum so weit? Ey, ich hab Wasser geholt. Ach so. Das gab's. Sah so aus, aber... Ernst? Aha. Sah so aus, dass du da hinten baust. Ne, hier ist besser. Was machen wir hier? Nein, mach mal Wasser. Mach mal Wasser. Rauf und dann geht das ab. Ich möchte mal weiß. Ja, du weißt. Ich seh' ich aber nicht. Ich muss mir scheiße verpassen. Ich brauch trotzdem mehr Erde. Ja, fuck das da rein. Ich geh in unsere Erdküste. Oh, ja. Warte. Vergessen. Bye, bye. Kannst du mal genau die Bäume abhauen? Ja, ja. Klar, ich kann es. Und, äh... ...die Häuser da. Erde, Erde, Erde. Ja, da sag ich mal... ...bis zum nächsten Mal.